Hallo liebe Zuschauer, bzw. Diebseefreunde heißen sie ja. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eudotruck Simulator 2. Und vielleicht mit einem ganz speziellen Auftrag, und zwar sollen wir eine Yacht liefern. Ich hoffe, das ist jetzt kein Schwertransport, sondern ein ganz normaler, damit wir das auch transportieren können. Eine Yacht von Marseille nach Le Mans, 871 Kilometer, aber dafür ein riesen Sümmchen, das uns hier winkt, 44.000 Euro. Und dazu noch, ja, Sonderpunkte hier, zerbrechliche Fracht, wichtige Lieferung und hochwertige Fracht. Ich bin jetzt schon mal in den Hafen gefahren, zu Marina, zu der Firma, die das da anbietet. Ja, mal schauen, ob das geht. Dass uns da jetzt kein Gespräch durchdrehen gemacht wird, müsste funktionieren. Da steht das Bötchen. Das einzige Problem, was wir haben, ist, wir müssen noch schlafen gehen. Und ich bin jetzt extra nicht vorher schlafen gegangen, weil sonst wäre der Auftrag weg gewesen. Und sowas lässt man sich natürlich jetzt nicht, sagen wir mal, entgehen. Deswegen müssen wir jetzt gleich noch schlafen gehen, bevor wir uns dann auf die Strecke machen. Aber es ist ja kein großes Thema. Junge, 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 schaut euch das an. Zeit zu gehen. Ja, Zeit zu gehen, genau. Da ist sie, ja. Und dann geht's mal los hier, ne? Ja, fährt sich gut. Ja, schaffen wir. Wir brauchen auch nicht weit fahren, denn das nächste ist gleich hier um die Ecke. Das nächste Bettchen. Ein Yacht. Ja, ja, wird immer geiler hier. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. So, ist kein Schwert auf dort. Nun diese Ausfahrt. So, in der Hoffnung, dass wir hier rumkommen. So, mal schauen, wie er sich da am Berg verhält. Ja, wird, geht. Muss man sagen. So. Und dann brauchen wir jetzt hier gleich mal rechts abbiegen, würde ich sagen. Damit wir hier dann gleich schlafen gehen können. Wo ist da? Ist da Schlafplatz? Sekunde. Da einmal rein, bitte. Tada. Genau. Und jetzt Stopp. Und dann... Einmal pennen. So. Oh, Mille hat auch was verdient. 700 Ecken. Ja. 780 Ecken. Sorry. Eintraum. Gut. Dann sagen wir mal. Los geht's hier. Aus Marseille raus. Ja, das wird jetzt ein lustiges Unterfangen werden. Das sehe ich schon. Aber gut. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. 780 Kilometer. Da ist das Baby hier. Haha. Alles Mann, bitte weg von der Straße. Ich komme. Höhe. So. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ja, ja. Keine Panik. Wir nehmen hier. Zweite Ausfahrt. Ich muss ja schauen, dass ich das Schild da hinten stehen lasse. Ja. Fahr zu. Nimm diese Ausfahrt. Sicher, sicher. Hört. Wunderbar. Weiter geht's. Ich frag mich zwar jetzt, wer eine Jagd in Le Mans braucht, weil da ist ja eigentlich kein Wasser. Nicht so richtig jetzt gesehen, aber auf der Karte. Außer diese bekannte Rindstrecke. Sehr mysteriös. Aber ist mir auch egal. Hauptsache, der zahlt das Geld am Schluss. So. Ihr wisst ja, bei so langen Strecken, 850 Kilometer noch, machen wir wieder zwei Teile. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Ungefähr so bei der Hälfte. Du bleibst bitte drin. Bleib. Bleib dich drin. Warte ich halt. Zwei Teile, ne? Ihr wisst es ja, ungefähr bei der Hälfte. Da gehen wir gar kein Risiko ein. Oh Gott, wo muss ich da hin? Da muss ich hin. Nimm diese Ausfahrt. Naja, mach ich schon. So, mit Schwung hier hoch. Ja. Wie gesagt, wir sind jetzt dabei, unser Imperium aufzubauen. Die Mille, oder Meil, oder wie auch immer die heißt, ist dabei, Aufträge zu bekommen. Hat jetzt noch nicht so viel Erfahrung, aber bemüht sich. Die versucht, die Strafzettel hier abzudecken, die ich da reinhole. Und ich versuche dann eben, die anderen Kosten zu decken. Aber ich denke mal, es ist nur eine Frage der Zeit, dass die dann genauso große Aufträge bekommt wie ich. So, jetzt geht es erstmal hier raus aus Marseille. Ja, momentan versuchen wir, Großaufträge zu bekommen, um einfach hier die Kosten abzudecken. Deshalb, ja, können wir momentan jetzt nicht mehr so einfach so uns, sagen wir mal, auf Kurzstrecken konzentrieren. Aber es kommt schon wieder, keine Panik. Ja, wir haben ja viel Zeit in dem Spiel, wir sollen ja hier keinen Stress haben. Ganz entspannt läuft es hier bei uns ab. Wollen wir auch Spaß haben hier. Abenteuer erleben. Ich glaube, das wird auch wieder ein interessantes werden. Ja, wie ich Frankreich vermisst habe mit der Geschwindigkeit 90 kmh, kann man hier fahren. Wahnsinn, das sind, ja. Bitte links halten. Ja, LKW. Das sind schöne Geschwindigkeitsregelungen hier für LKWs. So, jetzt müssen wir so eine Schleife fahren, sag ich mal. Oh, da ist schon wieder ein gesperrt gewesen. Okay. Feuerwehreinsatz. Ja. Aber wir haben jetzt Mautstellen wieder inzwischen. Aber das ist ja Gott sei Dank jetzt nicht so das Problem. Solange uns alle hier schön durchfahren lassen, ne. Alles kein Thema. Das ist ja knapp. So. Und schön. Bonjour. Die werden sich auch fragen, was will denn der mit dem Boot hier? Das ist eine Yacht. Erstens. Und zweitens geht dir das gar nichts an, was ich mit der Yacht hier mache. Auf dem Festland. Ich bin eben ein Trockenschwimmer. Wo müssen wir denn hin? Ah ja. Gehen wir geradeaus, okay. Ja. So ist das halt, ne. Der einen transportieren Möbel. Oder sogar ganze Häuser. Gibt's ja mittlerweile auch schon. Und wir transportieren eben eine kleine Yacht. Ich würde ja auch sonstige Sachen transportieren. Also, äh. Ob es sei, es gibt Kohle dafür, ne. Also, bitte. Muss ich hier auch rüber, weil sonst gibt's ein Problem hier. Mein Gott. Ja, ich halte mich ja links. Aber der ist so verrückt. So. Mal schauen, was als nächstes kommt. Also, ein Großstadt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich schaue es in Lyon, glaube ich, oder? Muss ja das sein. Ah, flutscht ja. Sieh mal 50 Kilometer, ist okay. Dass es uns passt. So, jetzt kommt da rechts einer. Vorsicht. Ich überhole ja rechts und links. Alter Schwede. Ja, da kommt noch einer. Das reicht's. Ich überhole ja, wer spinnt. Jo. Ja, die strecken wir nicht mehr länger. 1000 Kilometer sind jetzt kein Problem mehr. Könnten wir, wenn die angeboten werden. Alles kein Thema mehr. Und dann würde es hoffentlich richtig viel Geld geben, ne? Und das geht's eigentlich hauptsächlich. Oh, der hat schon viel Geld verdient. 695 Euro, die Mile. Jawohl. Oder die Mille. Ist echt praktisch, dass das alles automatisch geht. Die sucht sich da den nächsten Auftrag. Zack, und weg. Oh, hier. Saint-Alban-du-Rhône. Also ähnlich. Angehang französisch. Saint-Alban-du-Rhône. Oder Rhone. Nee, hier auch immer. Da waren wir jetzt vorbei. Da waren wir auch noch nie. So. Warum nicht, ne? So. Gut. Streckenprofil ist jetzt nicht gerade berauschend. Und ich weiß, da hatten wir schon interessantere Gegenden. Aber, okay. Es geht jetzt erstmal um die Kohle. Da fahren wir vorbei. Dann müssten wir da oben gleich wieder abzweigen. Aber es dauert noch ein bisschen. 670 Kilometer noch. Flutscht ja richtig bis jetzt. Aber, wie gesagt, man soll den Tag nicht vor dem Abend logen. So, nächste Mautstation. So. 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 So vom Gewicht her geht es eigentlich, der zieht schon kräftig an, muss man sagen. Da ist es alles gut. So, schaffen wir den noch oder ist der zu schnell für uns? Wir müssen nämlich da rechts raus jetzt gleich. Ah, ja, vorbei, ok. Kommt man auch noch nicht. Sehe ich gerade. Ah, schaffen wir den? Oder ist der zu kräftig? Den schaffen wir noch. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Machen wir. Nehmen die Ausfahrt rechts. Oh, langsam, 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 langsam. Langsam hier hoch. Mit Gefühl, ne. So ist fein. Immer mit Gefühl. So. Passt. Jetzt. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Naja. Okay? Damit den die Ausfahren gut taste, abschest! Mal Sin ayudar? Komm doch hin Stockmann hoch! Wo ist die Ausfahrt? Him. Wie ist es? Ja, man muss ja nicht immer reden, da fällt momentan nichts passendes ein. Und Stress gibt es momentan auch nicht mit der Polizei von dem hier. Warum sollte man jetzt da losartig rumlabern? Ihr seht ja, das ist die Strecke. Soweit alles okay. Ich kann ja auch mal schweigen hier. 110, ne, so schnell sind wir nicht. Nächste Mountstation. Plage, also ähnlich, glaube ich, heißt das. Oder? Plage, Plage, Plage. Naja. Und weiter. So. Den müssen wir, glaube ich, noch schaffen, oder? Den Schlepper da. Da biegt er mir jetzt gleich ein. Vorsicht. Ja, ja. Aha. So, schneller. So. Clermont-Ferraud, also ähnlich. Mhm. Ja, sehr gut. 555 Kilometer noch. Das ist ja richtig super. Das passt perfekt. Bis jetzt. Ja, bei 400, sag ich mal ungefähr, werden wir dann die Folge beenden. Ja. 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 So, das wird jetzt ein bisschen interessant hier. Die Kurve wird ein bisschen anspruchsvoller, damit ich da nicht rausgetragen werde. Hinten kommt ein Auto, Vorsicht! Einfach nur entspannt hier lenken. Damit Gamepad ein bisschen schwierig, ich weiß, aber es wird schon... So... Da, das ist ein Auto. Ha, nett! Die Hände! So... So, nächste Baustelle! Ist auf dem Schirm. Ja, da ist er. Ich muss aufpassen, weil der kommt jetzt noch rüber geschossen. Fahr... Fast! Immer schnell mit dem Schirm, ne? Baltic! Boah, das müssen wir da vorne, glaube ich. Ja. Brauchen wir nicht mehr überholen. Das passt. Ich würde sagen, bei der nächsten Baustelle könnte man einen super Break machen. Rechts halten und dann ausfahrt rechts nehmen. Unterbrechung würde ich sagen. Ja. Da müssen wir raus. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, ja. Schon da. Biege nach rechts ab. Weiter nach rechts. Da hin. Jetzt hier durch, genau. Genau. Da... Da wäre ein guter Zeitpunkt, glaube ich, oder? Ah, bei der nächsten könnten wir es machen. Ah, bei der nächsten könnten wir es machen. So. So. Dann nehmen wir ja die Stelle noch mit. Genau. Dann nehmen wir ja die Stelle noch mit. So. Um 486 Euro eingenommen, Mille. Na Gott. Na ja. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, heißt das. Kontrolle. So. 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 Ah, ne. Da war gar keine. Macht auch nix. Dann nehmen wir jetzt die Raststätte da. Kann ich gleich noch panken? Das ist ja auch ne Idee. Okay. Dann habe ich das auch schon mal hinter mir. hier. Dann machen wir hier die Unterbrechung, würde ich sagen. so. Jetzt aber raus hier. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ah. Ne, ne. Immer geradeaus. Tanken, wenn wir. Tanken, wenn wir. So. Moment, Moment, Moment. Ach, was für ein Ding. So. Hoffentlich passe ich da unten durch. Ähm. Und. Und hepp. Stopp. So. Ok. Gut. Dann denke ich ihn mal. Und dann sehen wir uns. Ja. Das nächste Mal wieder. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, und ich komme hier raus, oder? Ja.